Willkommen zu einer neuen Challenge auf meinem Kanal RamsesderDicke und eigentlich ist es total sinnlos jetzt die Challenge zu machen denn wir sind gerade unterwegs gewesen ich habe vorhin kurz was gegessen, weil ich Hunger hatte jetzt hatte ich wieder Hunger habe jetzt so einen komischen Durstlöscher getrunken so einen Trinkpack komplett mit einmal hintergezogen und jetzt habe ich solche Bauchschmerzen mir so schlecht und ich fange auch schon wieder an zu schwitzen aber das Essen wird kalt, es muss weg wir waren nämlich beim McDonalds und wir haben uns Chicken Nuggets mitgenommen Pupsi hat ihre Packung schon gegessen beziehungsweise das ist ja immer so ein 20er Pack sie hat jetzt 14 Stück gegessen ist brechvoll die restlichen 7 will sie später essen und Kanal Phänomenal hat ja so ein Video gemacht und zwar hat mein lieber Kollege der Kurt alias Godzilla Fan 1990 bei seinem letzten Livestream aufgeschwätzt, er hätte 40 Chicken Nuggets einmal gegessen, das wäre so sein Rekord und da habe ich gesagt okay ich probiere 41 Chicken Nuggets zu essen und wenn ich das schaffe dann muss er versuchen meinen Rekord zu toppen Theoretisch ist das keine Challenge es ist halt einfach nur ein Essvideo wo er 8 ich glaube 48 48 Chicken Nuggets gegessen hat ganz genüsslich für euch Adi gehst du aus der Tüte raus wo er 48 Chicken Nuggets gegessen hat und ich habe mir gedacht momentan gibt es ja die Gutscheine von McDonalds dass so ein 20er Pack nur 4,99 kostet und es nicht nur die normalen Chicken Nuggets gibt sondern auch die Spicy Chicken Nuggets deswegen kommen wir jetzt hier mit der McDonalds McDonalds mit der McDonalds Tüte zu euch Adi nein gib pfi du machst alles kaputt haben wir in der McDonalds Tüte noch eine McDonalds Tüte hier könnt ihr auch mal sehen dass das alles bezahlt ist 4 mal Chicken Nuggets jeweils 20 Stück für 19,96 weil 4,99 hat das ja gekostet mit 12 mal süß saurer Soße ich hoffe das passt das sieht man so wir haben hier also eine Packung Chicken Nuggets wir haben hier eine zweite Packung Chicken Nuggets wir haben hier eine dritte Packung Chicken Nuggets und hier sind noch die ganzen Dips drin ich denke mal die Dips kann man auch essen zählen auch dazu Kanal Fendt Menal hat also 48 Stück gegessen das müssten ja könnte man 50 als Ziel setzen jetzt gibt es aber nur 20er Pack das heißt insgesamt sind das dann 60 Stück wir müssen mal gucken ob das wirklich passt wir zählen die mal kurz durch ich werde das alles hier auf das Tablett packen damit ihr seht dass das passt wir haben also Adi geh jetzt runter wir haben also 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 das war die erste Packung das muss ja alles Hand und Fuß haben nicht dass wir euch da verarschen 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Adi guckt doch auf den Boden und wühl in der Packung rum einfach rauf hier oben rum zu machen und die dritte Packung 2 also ich nehme immer 2 auf einmal 4 9 6 8 10 12 14 16 18 und 20 20 das müssten jetzt also 60 Stück sein dann können die ja nochmal irgendwie versuchen ein bisschen zu verteilen das ist schwer zu zählen wenn die so groß und sperrig sind ich weiß jetzt gar nicht was er hatte ich glaube er hatte diese ähm ja nicht unbedingt von McDonalds vielleicht sind die von McDonalds hier ja auch einfach größer das also 60 äh spicy chicken nuggets es gibt kein Zeitlimit also man kann da einfach in Ruhe essen und gucken ob man die Portion schafft was ich aber hier mir gerne noch hin drümmeln möchte sind die Dips so da werde ich nacheinander noch rein tunken ist doch sicherlich erlaubt ich mache einfach schon mal alle auf damit das dann nachher nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen wir stellen überall mal einen hin ich wusste gar nicht dass es wirklich für eine so eine Box drei Dips gibt Pupsi hat einen Dip gegessen einen zweiten brauchte sie jetzt noch also glaube ich habe ich sogar 10 Dips 10 Dips für 60 Nuggets heißt für einen Dip 6 Nuggets ja letztens habe ich 3 Nuggets pro einem Dip gegessen darf ich jetzt also weniger von dem Dip nehmen dass das dann hält wie viel wie lange hält so ein Dip bei euch wenn ihr Nuggets esst ich tun da immer das komplette Nuggets rein und könnte also theoretisch mit zwei Nuggets einen Dip-Beutel leer machen wir müssten jetzt 6 Stück für einen nehmen habe ich ja gerade gesagt 2, ne 3 3 Stück muss ich noch öffnen wenn ich das mit dem Adi mache keine Ahnung weil der hier immer zu hoch springt mal gucken ob das gesperrt wird weil es schädliche Inhalte zeigt weil McDonalds Essen drin ist versteht ihr das Schlimmste was du machen kannst bei McDonalds Essen das sind gefährliche Inhalte so wir stellen die jetzt mal alle hier so nebenbei hin ich muss mir dann immer was runter nehmen ich zeige euch das jetzt nochmal kurz so hier also die Nuggets hier die Dips da drüben die Dips alles ist auf Ladekabel Adi ist auch da ich würde sagen wir können ja Kanal Phänomenal wieder mit einblenden hier unten rechts als er gegessen hat dann ist das nicht so langweilig wie wenn jetzt hier einer sitzt und einfach versucht 60 Nuggets zu essen 48 würden ja reichen aber wir gucken mal wir versuchen mal ob wir die 60 Stück schaffen macht das nicht zu Hause nach geht gesund mit Essen um macht das nicht das ist einfach nur Corona Langeweile man darf nicht raus man darf nur zu McDonalds und Nuggets holen dann muss man wieder heim und die essen so ist es die Leute werden immer fetter weil sie sowas machen also macht das nicht ich würde sagen es geht los bis gleich wenn wir fertig sind sind wenigstens schon ein bisschen abgekühlt ich bin wieder auf dem Dachboden es ist eine Bockhitze ich wollte das Fenster aufmachen aber erstens ist windig zweitens ist wieder Lärm noch draußen immer noch ja das ist natürlich schon total kalt deshalb übelst sperrig so schlecht schmecken die jetzt gar nicht das ist hier die halbe Puanade hängen geblieben natürlich zwei die von McDonalds werden ein bisschen leckerer aber die gehen drei drei mh mh jetzt haben wir fünf ähm das ganze hat mich auf noch eine andere Idee gebracht eine andere Challenge Windbeutel ich liebe Windbeutel und die Windbeutel die werden wir dann auf Zeit machen weil da brauche ich nicht auf Stückzahl gehen ich weiß ich könnte von denen wahrscheinlich tausend fressen 3 mh mh 10 mh 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 eine Minute, das ist Quatsch. Kann sein, dass durch die Wärme ich irgendwann mal hier fett zum Schwitzen anfange, durchs Shirt und was weiß ich. Ich bitte das zu entschuldigen, ich habe das extra schon mal aufgelassen, es ist echt eine Wahnsinnshitze. Waren das jetzt 10? Ich muss auch Striche machen, wenn ich schon eine Striche lässt dafür, aber woanders im Haus bietet es sich gerade nicht an, das zu drehen kann ich nicht und draußen ist zu viel Lärm, zu viel Wind, funktioniert nicht. Schade, ich hätte mir gern in Karten draußen gesessen, aber geht halt nicht, aber was willst du machen? Okay. Jetzt, mal. Nichts. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Also geschmacklich finde ich die gar nicht so schlecht. Es ist ein super leckeres Essen. Von den Nährwerten dürfen wir gar nicht drauf schauen. Auf 100 Gramm haben wir 263 Kalorien. Eiliges Blechle. Schön, dass du in den Nuggets hängst. 2, 4, 6, 7. Ja, in die Soße. 700 Kalorien pro Packung. Grob 700 Kalorien pro Packung. 1400 und 2, ja, 2800. Boah, Tagesbedarf. Passt doch. Also wir versuchen jetzt immer in 5er Schritten zu essen. Die nächsten 5. 1,OS5. Und dann noch mal drauf. 2,050. 3,050. Und dann noch mal drauf. 1,5050. 2,5050. 1,5050. 1,5050. 2,5050. 1,5050. Das ist so schön. Mann, das war. Also Ohne So eine Soße wird es überhaupt nicht gehen Meiner Meinung nach Und jetzt müssten wir die 20 schon haben Ich versprühe jetzt nicht mal allzu großen Appetit Aber manchmal ist es ja so Ist ja auch ein bisschen so Um unsere Essgewohnheiten aufzuzeigen Wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitzen würde Und vor mir wäre ein Fernseher Hätte ich machen sollen Und würde dabei Fernsehen gucken Dann ist mein Gehirn auch wieder abgelenkt Und dann futtert man ja immer noch mehr rein Als man eigentlich kann Und futtert und futtert So lange bis man irgendwann mal aufhört Vielleicht öffnet das auch dem ein oder anderen mal die Augen Ich futter jetzt hier nur aus Spaß Und Spaß an der Freude Und schmeckt lecker Jetzt habe ich eh noch nichts Also von daher Tut einfach nur der Käfer weh Ich lasse das Oh, ja, ja, ja. So, da noch einen hoch, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 habe ich da noch, 22, ja ich glaube einen habe ich vergessen zu zählen, dann komme ich schon hin, okay, aber macht ihr nichts. So, ich habe es nicht zu zählen, aber ich habe es nicht zu zählen, ich habe es nicht zu zählen, aber ich habe es nicht zu zählen, aber ich habe es nicht zu zählen, ich habe es nicht zu zählen, jetzt dürfen wir bei knapp zehn minuten sein und 30 chicken nuggets die mal daumen vielleicht auch 31 aber es wird heiß haus ausschösser waren okay Okay, das war dann wohl der Adi, der für die ganze Kamera mitgenommen hat, weil der immerzu hier vorbeischleicht. Ich habe mir das jetzt auf jeden Fall interessiert, mal so zurechtgelegt, das sind zwölf Stück, die Menge, die zu viel ist. Das, was hier hinten liegt, die muss ich noch essen, dann habe ich so viel wie Kanal Phänomenal. Die hier wären zusätzlich, das sind zwölf für die 60 Stück. Ich war gerade dabei, den hier einzutunken, um den Napf leer zu machen, der Rest passt und Adi kriegt schon wieder da drauf. Also nein! Boah, mit der Soße noch dazu, kommen wir locker auf 3000 Kalorien. Makronährstoffe brauchen wir uns da gar nicht anschauen. So, komm. Okay. Huha! Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Zwölf sind hier noch drin, 48 waren es. Zwölf minus 48, ne 48 minus 12. 36. Aufgeschrieben habe ich 35. Jetzt fragst du dich, soll ich was trinken oder nicht? Naja, ich muss aber. Okay, machen wir die nächsten Zins. Einmal durch den Beutel gekrochen. Huha! Ich glaube, ich habe am Anfang noch viel zu wenig Soße genommen. Ich habe noch so viel Soße hier stehen, aber weniger Nuggles. Dann, dann machen wir das. Mhm. Und dann, dann mache ich das zu wenig Messe. Mhm. Also vor mir liegen noch sieben. Die 40 müssten wir haben. Jetzt gucken wir, dass wir das auch noch reinkriegen. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Noch drei Stück für Kanal, phänomenal. Endspot. Okay. So. Mmmmm. vorletzte noch zwei stück für die 50 das war mal die scheiße und jetzt der letzte da kommt ja wieder so hey fällt mal die kamera ja synchronisieren so passt nein und dann haben wir hier das brett leer ja da waren die saucen also leer leute komplett 40 oder so 50 stücken nuggets zehn haben wir noch also zehn werden dann 60 weil sie muss man die noch essen eigentlich ist es verspendung ich weiß auch gar nicht ob man überhaupt was zu trinken darf oder nicht so ein schluck wasser wäre einfach luxus momentan weil es wird einfach immer mehr immer mehr immer mehr weiß gar nicht ob er getrunken hat oder nicht kann man gar nichts trinken ist es auf jeden fall noch schwerer so können ja manchmal was runter spülen woran ja noch ewig gekaut hätte 51 Vielen Dank. Zweiundfünfzig. Durst. Adi, willst du mir was zu trinken? Ja, du kriegst auch ein Nagel. Ja, du kriegst auch ein Nagel. Ich glaube, vielleicht war es auch gar nicht so gut, die Spicy zu nehmen, weil der ganze Mund innen einfach nur wund wird und gereißt ist durch diese Gewürze. Ähm, dreiundfünfzig, ja. Hm, 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 hm. Händschmied ist ein Arsch dahin. Guck, so sieht es hier gerade aus. Händeschmied ist ein Arsch. Oh, ich weiß. Händeschmied ist ein Arsch. 54 mein Leben sieht er mir vorbei 55 Man Durst! Wenn ich jetzt was trinken könnte Einfach so ein Glas Wasser oder irgendwas Einfach nur wuppzack Ihr fühlt euch tausendmal besser Und da noch 5 Stück Das ist nichts Aber ohne trinken Einfach nur Einfach nur 56 Oh. Nein! Nein! Ihr seht, wie lange man einen Nugget braucht. 57. 50. 30. 53. 53. 55. 58 Die Vögel zwitschern. Was ist mein Nacken denn hoch? Oh mein Nacken! Da könnte Ali auch den letzten Nacken geben. Dann den 60. Aber dann habe ich es nicht geschafft. Guckt doch mal mit welchen Tricks er das probiert. Er legt sie schon halbtot daneben. Und sucht Mitleid. Ich habe nichts gemacht. Nicht so, so sehe ich so dick aus von unten. Mach das von oben. Nuggles! Nuggles! Also jetzt hätte er die Gelegenheit gehabt, allen weg zu mausen. Glaube ich. Puh! 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 Ach Ali, ich weiß. Puh! 59. Vielen Dank. Ich glaube, wir sollten den letzten Nugget Mardi geben. Und mit dem kann man nicht verhandeln. Kann man das dazu zählen? Ich meine, ich hätte es noch geschafft, in weiteren drei Minuten wäre der letzte Nugget auch weg gewesen. Es ist auf jeden Fall schon eher weg. Ich glaube, ich habe jetzt fast 40 Minuten gebraucht. Wie viele Nuggets habt ihr schon mal gegessen am Stück? Und vor allem die richtigen Wettesser, die können das ja mal ausprobieren. Wenn sie sonst immer alles essen, können sie auch mal Nuggets ausprobieren. Ob sie 60 Stück so essen können, ob das schlimm ist, ob das nicht schlimm ist. Und vor allem, wenn ihr nichts dabei trinkt. Das ist ja das größte Problem. Ihr habt einen Joker frei. Ihr könnt euch eine Katze mit dazu holen, die der letzten Nugget isst. Aber ansonsten geht nichts. Jetzt brennt mir aber der ganze Rachen auch. Zwei, zwei, ein Viertel Dinger Soßen sind auch noch da. Die werden wahrscheinlich jetzt weggeschmissen. Oder will jemand Soße? Kann ich auch noch verlosen. Da schreibt mal Hashtag Soße unten rein. Wer es bis jetzt hierhin geguckt hat und Soße haben möchte. Ich werde jetzt erstmal was trinken. Zu Pupsi zurückgehen. Ich würde sagen, nie wieder Nuggets. Das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank an Adi für die Hilfe. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Doch hätte ich, aber egal. Das war es von meiner Seite aus. Grüße an Kanal Phänomenal. Und wir sehen uns in irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.